Bei Notebooktaschen ist es mal besonders schwierig, sich vorzustellen, wie die verarbeitet sind, deswegen hier ein kleiner Video-Einblick. Das sind die Kensington Contour Notebooktaschen in 15 Zoll und der Trolley für 17 Zoll Notebooks. Die Kensington Contour Notebooktasche für 15 Zoll Notebooks hat die Abmessung 20 x 30 x 40 cm, gestaltet sich also relativ kompakt, hat viele Taschen, ist aus ballistischem Nylon gearbeitet, darin unterbringen lassen sich separat einzelne Kabel, Visitenkarten, Stifte etc. Das Innenleben ist extrem großzügig, es lässt sich in 15 Zoll Notebook unterbringen, was sich auch nach oben hin abschließt, das heißt, wenn die Tasche mal umkippt, fällt das Notebook nicht unbedingt raus. Die Rückseite ist verstärkt, das gibt der ganzen Tasche Stabilität und hält sie zusammen, auch wenn sie sehr voll ist. Die einzelnen kleinen Taschen sind ideal geeignet, wenn man separate Kabel unterbringen muss. An der Rückseite befindet sich noch so eine Trolley Schlaufe, das heißt, die Tasche kann auch auf externes Gepäck gepackt werden. Trolley ist ein gutes Stichwort. Kensington hat auch in seinem Sortiment einen Kofferkulli, der Notebooks bis 17 Zoll unterbringen kann und diverse Akten, Magazine, Zeitungen, was man auch immer auf Geschäftsreisen dabei hat. Dazu ist hier eine Unterteilung von oben zugänglich. Die Griffe lassen sich wieder ineinander verschließen, Click-In-Verschlüsse, sehr angenehm zum Tragen. Die Umhängeschlaufe ist diagonal auf beiden Seiten angebracht, das heißt, das Gewicht wird sehr gut ausbalanciert, ist gut gepolstert, so auch die Unterbringung für das Notebook, das heißt, wenn man das dort verstaut, ist es relativ geschützt. Könnte ein bisschen dicker noch nach unserem Geschmack sein, aber sollte für die alltägliche Arbeit auch vollkommen ausreichen. Der Zugriff für den Griff mit der Teleskopstange ist durch einen Reißverschluss extra abgetrennt, das heißt, auch von dort kann keine Nässe oder Feuchtigkeit eindringen und die Rückseite ist wieder verstärkt. Man sieht, die Teleskopstange ist dort untergebracht und es sind einzelne Taschen nochmal verfügbar.